Im Caritas Jugendhaus Lankow in Sperin treffen sich täglich Kinder und Jugendliche. Die soziale Einrichtung gibt es bereits seit 1986. Der Kommunikationstreff ist eine Anlaufstelle für Jungen und Mädchen aus den angrenzenden Wohngebieten. Hallo liebe Zuschauer und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe des MV Reporters. Mein Name ist Mirko Bock und ich begrüße Sie hier aus Schwerin. Hinter uns befindet sich das Caritas Jugendhaus Lankow und dort wollen wir heute mal gemeinsam einen Blick hineinwerfen. Das Jugendhaus bietet Projekte unterschiedlichster Art an und reagiert auf Interessen und Bedürfnisse der Heranwachsenden. Während der Corona-Pandemie musste der Kommunikationstreff schließen. Die Jugendsozialarbeiter Egi Hesse und Sarah Sikorski haben in dieser Zeit Online-Angebote gemacht. Hallo Egi, schön, dass wir heute wieder hier sein können. Ja, ich freue mich euch zu sehen. Ich würde ganz gerne wissen, wie habt ihr hier im Jugendhaus Lankow die Corona-Pandemie erlebt? Wie habt ihr versucht Projekte weiterzumachen? Ja, es war etwas kompliziert damals. Das fing ja schon, ich muss ja schon damals sagen, das fing ja im März 2020 an. Da war ja von jetzt auf gleich, ich glaube am 16. war es, wurden ja die Häuser geschlossen. Und in dem Moment standen wir natürlich auch alle ein bisschen konfus da, weil keiner wusste, was man zu machen hat oder wie es weitergehen sollte. Und dann sind wir ja gleich auf die Schiene mit den Online-Angeboten gegangen. Das heißt, wir haben online mit den Kindern und Jugendlichen gekocht, sind mit denen in Verbindung getreten, haben Hausaufgabenhilfen angeboten. Wir haben Bastelprojekte mit denen gemacht, Kreativprojekte. Wir haben offene Gesprächsrunden gemacht. Wir haben sich eingeklinkt bei uns alles und jeder konnte rein und raus kommen, seine Fragen stellen. Im Jugendhaus lernen die Kids aus eigenen Erfahrungen. Gleichzeitig sollen soziale Kompetenzen entwickelt werden. Das gemeinschaftliche Kochen ist eins von vielen Projekten der Jugendsozialarbeiter. Das Ziel, die Jugendlichen organisieren das Mittagessen selbstständig. Vom Rezept bis zum fertigen Gericht. Und was lernen die Jugendlichen hier beim gemeinsamen Kochen? Naja, wir haben ja berufsvorbereitende Maßnahmen hier drin. Und in diesem Fall ist das Kochen ja, es gibt da viele verschiedene Berufe in der Gastronomie. Koch, Servicekräfte, so wie Kellner oder auch Hoteliers. Man weiß ja nicht, wohin sie wollen irgendwann später. Und natürlich werden ja auch soziale Kompetenzen gefördert. Das Teamwork hier zusammen. Sie müssen zusammen sich die Rezepte aussuchen. Sie gehen zusammen einkaufen. Dann kochen sie zusammen. Hinterher wird zusammen gegessen. Und danach muss noch die Küche wieder sauber gemacht werden. Das gehört das komplette Programm dazu. Die Besucher des Jugendhauses sind zwischen 10 und 27 Jahre alt. Manche von ihnen sind regelmäßig zu Gast in Lankow. Adrian, warum kommst du hierher ins Jugendhaus? Ich komme her, wenn ich Langeweile zu Hause habe oder draußen keine Beschäftigung finde. Und dann komme ich her, wenn auch Leute hier sind, die ich auch kenne. Und dann schwimme Tischtennis oder Billard oder gehe auch mal an den Computer. Das gemeinsame Kochen fand während der Pandemie nur online statt. Die Jugendsozialarbeiter sind froh, die jungen Menschen wieder an einen Tisch bringen zu können. Hier verbringen die Jugendlichen ihre Freizeit nicht nur am Handy oder mit Computer spielen. Die Heranwachsenden bekommen wichtige Hilfestellungen im Alltag und für die Schule. Die Jugendarbeit hier im Jugendhaus Lankow kann endlich wieder vollumfänglich starten. Die Freude bei Sozialarbeitern und Jugendlichen ist groß. Das hat man gesehen. Die Pandemie war für sie nicht leicht. Doch mit verschiedenen Projekten hat man das Beste aus der Situation gemacht. Ich hoffe, Ihnen hat dieser kleine Einblick gefallen. Ich wünsche alles Gute, bedanke mich fürs einschalten und sage bis zum nächsten Mal. Das Jugendhaus Lankow plant bereits den Sommer mit spannenden Projekten. Die jungen Erwachsenen werden in die Planungen einbezogen. Alle Beteiligten freuen sich über die wiedergewonnenen Freiheiten. Ohne Corona-Einschränkung. Das Jugendhaus Lankow leistet mit seinen Angeboten einen wichtigen Beitrag für eine lebendige soziale Infrastruktur. Wiedersehen. Cheers! 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 Bis zum nächsten Mal.